so leute herzlich willkommen zu einem video wie ihr sehen könnt es wirklich absolutes rotzwetter vielleicht sieht es bei euch ein bisschen anders aber ja bei mir ist es wirklich echt schlimm es können also wenn manchmal richtig heftige windgeräusche also es könnte auch nachher wieder anfangen zu regnen ja und es werden jetzt die nächsten tage so lang das wetter immer noch so verrückt spielt keine videos kommen sorry aber wollt ihr wirklich videos in so einem drecks wetter sehen und lol die wolken bewegen sich und ja soll ich halt nur mal kurz gesagt haben und ja ich würde jetzt sagen ich wünsche euch noch einen schönen tag und falls ihr auch solches wetter habt schreibt es mal in die kommentare was für ein wetter oder was für ein wetter du gerade hast ja